Würdest du zulassen, dass die Verfolgung weitergeht oder würdest du eingreifen und sie beenden? Das ist jetzt sehr gut, ein Feind, aber was für eine Art von Feind. Ein schwieriger, schlimmer Feind oder einfach nur einer, der mir das Essen geklaut hat? Ich würde die Verfolgung beenden. Er wirkt auf die Wachstafel und macht einen dritten Strich. Du erfährst, dass eine Person, die vielen Leuten viel Gutes tut und beabsichtigt auf vielen Leuten viel Leid zufügen wird. Dieses Leid könnte nur gering sein, aber auch so groß, dass es die guten Taten vollkommen in den Schatten stellt. Du hast die Möglichkeit, dies zu verhindern, indem du diese Person tötest. Tust du es? Es muss einen anderen Weg geben. In einer anderen Welt, die ich nicht beschrieben habe vielleicht, aber dies sind die verzweigenden Wege. Ah. Ich bin kein Richter und auch kein Vollstrecker eigentlich. Auf der anderen Seite bin ich Kopfgeldjäger. Nee, ich bin kein Richter, das stimmt schon. Die Kopfgelder, die machen mich zum Henker, aber nicht zum Richter. Nein, ich bin kein Richter. Ich würde diese Person nicht töten. So gut. Er macht einen vierten Strich auf die Tafel, nimmt sie dann in beide Hände und zieht die Striche ab. Dein Weg hat zu folgendem Ergebnis geführt. Jaquelo wird getötet und seine Forschung wird zerstört werden. Was ist das? Du hast nicht einmal erklärt, was er getan hat. Jaquelo hat eine Methode entdeckt, mit der man den Fetus eines Gottgleichen im Mutterleib erkennen kann. Tatsadels Worte hängen in der Luft. Der Kapitän wartet auf Paligenas Reaktion, aber sie bleibt still. Sie beißt die Zähne zusammen und nickt Tatsadels zu, dass er fortfahren soll. Im Todesfeierarchipel betrachten Eltern ein gottgleiches Kind als Segen. Vom Berath und Hiela bis Ondra und Galloway werden sie alle geliebt, außer die von Sken. Bei der Geburt erscheinen viele Sken-Gottgleiche verstümmelt und werden mit der stillschweigenden Zustimmung des Stamms getötet. Jene nicht getötet werden, führen ein elendiges Leben. Das ist ja furchtbar, wissentlich herumschauen. Naja, man kann es den Eltern nicht übel nehmen, oder? Von Sken-Gottgleichen kann nichts Gutes kommen. Autsch. Rassismus. Kippen, der Zottel ins Gesicht bleibt ausdruckslos, aber die Männer im Rahmen im Raum sehen sich angewidert an. Ein paar von ihnen legen ihre Hände auf ihre Fasen. Große Klasse, Käpt'n Wächter. Schade, dass bei deiner Geburt die man da war, um dich zu ertränken. Ja. Ich bin sicher, dass es eine schwierige Wahl für viele Eltern ist. Aber das Fakt ist, dass sie die Leben ihrer Kinder enden für etwas, das nicht ihre Falt ist. Ich bin sicher, dass es eine schwere Entscheidung für viele Eltern ist, aber die Tatsache bleibt, dass sie die Kinder das Leben nehmen wegen etwas, das nicht ihre Schuld ist. Das akzeptiere ich nicht. Das akzeptieren wir nicht. Der Zottel deutet auf eine versammelte Mannschaft. Deswegen haben wir Giacolo gefangen und hierhergebracht, um zu entscheiden, was mit ihm geschehen soll und mit seiner Forschung. Und jetzt werdet ihr ihn wegen den Antworten des Wächters auf deine dumm Fragen töten? Ja. Äh, ja, das darfst du ruhig etwas näher erklären. Ich muss sagen, das ist schon ein armseliger Weg, um zwischen Leben und Tod zu entscheiden. Nichts sagen, angreifen. Das darfst du ruhig näher erklären. Unsere Gruppe war zwiegespalten, also stelle ich dir eine Reihe hypothetischer Fragen zum spezifischen Kontext unseres Problems. Vielleicht hast du während der Befragung ein wenig vor den Zusammenhängen geahnt, aber es war eine vorurteilsfreie Entscheidung, als wir sie alleine hätten fähigen können. Für uns geht es hier schließlich um Leben und Tod. Ich muss schon sagen, das ist ein armseliger Weg, um zwischen Leben und Tod zu entscheiden. Es gibt vielleicht bessere Möglichkeiten, diese Angelegenheit zu klären, aber dies war der beste Ansatz. Und nun, wenn du uns bitte entschuldigst, müssen wir die Sache erledigen. Du hast mein Wort, dass es schnell sein wird. Meiner Gegner blickt dich panisch und mit großen Augen an. Ich kann das nicht versprechen, Käpt'n. Permit Consuelias. Ich kann das nicht versprechen, Käpt'n. Permit Consuelias. Gut. Wo war mein letzter Autosave? Ah, hier drin. Ja. Beginnen wir das Ganze nochmal von vorne. Und diesmal können wir das Ganze ein bisschen spezifischer angehen, weil wir jetzt wissen, was seine Fragen für Hintergedanken haben. Ja, wir sind wegen dem vierten Beseder hier in Chak, oder? Ja, kennen wir. Kennen wir alles. Ja. Wenn du das sagst. Ja. Also das ist jetzt die Frage mit der Mutter und dem Kind, ob sie es, ähm, abtreiben sollte. Wenn es wirklich ein Skane-Kind ist, dann ist es gut, wenn sie es abtreibt. Also in der Situation macht er einen kleinen Strich auf seiner Wachstafel. Okay, das ist jetzt die Frage, ob man seine Technologie, die Kinder zu erkennen, ob es Gott-ähnliche sind, ob man das zerstören sollte. Wenn ich das sage, es soll zerstört werden, dann spüre ich ihm wieder in die Hände. Ähm, ich denke, sie sollte reguliert werden. Er macht noch einen kleinen Strich. Ich würde die Verfolgung beenden. Hm, da bleib' ich dabei. Ja. Du weißt, dass jemand, der großartig gut für mich macht, der Fehler nicht groß ist. Ja. Du hast eine Chance, das zu verhindern, indem sie ihn töten. Nein, die Person nicht töten. Dein Weg hat zu folgendem Ergebnis geführt. Wir werden Giaccolo freilassen, aber seine Forschung muss zerstört werden. Und wenn er diese Forschung weiterführt, werden wir ihn verfolgen und ihn und alle anderen, die daran beteiligt sind, töten. Auf welchen Gründen? Giaccolo hat eine Methode, mit dem man... Sagen wir mal, das ist barmherzig. Ich verstehe das Argument. Ich verstehe ja das Argument, aber wenn ich das akzeptiere, dann müsste ich auch eine Welt akzeptieren, in der aber, glaube ich, Hass und Völkerwort mit einem Schulterzucken hingenommen werden. Ich mache nicht. Wir machen nicht. Das akzeptiere ich nicht. Das akzeptieren wir nicht. Tatsächlich deutet auch seine versammelte Mannschaft. Das ist, warum wir Giaccolo gegriffen haben und ihn hier gebracht haben, um zu entscheiden, was über ihn zu tun sollte. Ja, das kennen wir schon. Und nach all dies, du lasst ihn gehen und zerstören seine Forschung, wegen der, wie der Watcher antwortet, deine stupide Riddles. Und nach all dem werdet ihr ihn freilassen, seine Forschung zerstören. Jetzt darfst du jetzt was näher erklären. Und nun, wenn du uns entschuldigst, darfst du Mestre Giaccolo mitnehmen. Wir werden die Forschung zerstören und denk an meine Warnung. Solltest du diese Forschung fortsetzen, werden wir dich finden und nicht alle, die dir helfen, töten. Bei der Gina sieht dich an, wütend, dabei hin und her gerissen. Wenn Giaccolo diese Entdeckung gemacht hat, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie jemand anderes ebenfalls entdeckt. Höchstwahrscheinlich ja, aber wer weiß schon, wie lange das dauern wird. Wie sehr sich diese Gesellschaften bis dahin geändert haben. Dankeschön, wir nehmen, was wir kriegen können. Oh, über das schreibt das jetzt mein Autosave. Ich will es nämlich noch einmal probieren. Vielleicht können wir auch noch die Forschung retten. Das überspringe ich mal. Ja, ja. Geh erstmal. Wir haben ja nämlich noch Zeit. Refugium des Hebbers. Da muss ich dieses Autosave nehmen, weil das Autosave, was ich gebraucht hätte, wurde gerade überspielt. Scheiße. Mist. Entschuldigung. So, Kleinholz. Ah, Aloth und Palegina haben was sehr interessantes. Bei all deinen Zweifeln an den Götter, wie kannst du nur glauben, dass die Besele auch nur ein deutlich besser wären, fragt Aloth. Die Götter haben sich aus meiner Sicht nie anständig verhalten. Die Besele schon. Selbstempfunk im Verantwortungsbewusstsein ist besser als gar keins. Du vertraust ihnen zu sehr. Hätten sie dieselben Möglichkeiten wie die Götter, wären sie genauso schlecht. Hm. So, gehen wir wieder rein. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Und lachen nochmal darüber, dass da Player neben steht. Das ist gut, wenn sie das Kind anlöst. Alle verfügbar machen. Ein Feind von dir wird verabschiedet. Würdest du die Verabschiedung fortsetzen lassen? Oder würdest du es intervenieren, um es zu stoppen? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, er meint nicht Jackolo. Ich glaube, er meint die Verfolgung von Skenkindern. Lassen wir es mal weitergehen. Ja. Ja. Dein Weg hat zu folgendem Ergebnis geführt. Wir werden Jackolo und seine Forschung freilassen. Quay? Was war das, Fack ihn überhaupt zu entführen? Ja. Das ist furchtbar. Ich stimme zu und meine Mannschaft auch. Deswegen entschieden wir uns, Jackolo hierher zu bringen, um zu entscheiden, was mit ihm geschehen soll und mit seiner Forschung. Und nach all dies, du lässt ihn gehen, weil der Watcher deine stupide Riddler antwortet. Und nach all dem, werdet ihr ihn freilassen, einfach nur wegen den Antworten des Wächters auf deine dummen Fragen? Das darfst du ruhig näher erklären. Ja, das mit der Hypothese. Ja, obwohl wir jetzt freie Entschreidung kennen, wir sagen, es ist ein abhängiger Weg. Nestre Diakolo und seine Forschung sind frei, um zu gehen. Jetzt, wenn du uns entschuldigst, müssen wir uns für unsere nächste Reise vorbereiten. Pyragyna schaut dich an und zuckt wie den Schultern. Wie du willst, leb wohl. Gut. Ich weiß ehrlich nicht, was diese Piraten Jackolo angetan hätten, wenn wir nicht gekommen wären. Und jetzt haben wir nicht nur den Mann gerettet, sondern auch seine Forschung. Ein aggressiver Wächter. Pyragyna, bist du das, mein Mädchen? Der alte Mann lächelt, breiter als er seine Arme aussteigt und behäuft auf Pyragyna zuläuft. Pyragyna kniet nieder und legt ihren Kopf auf Jackolos Brust und ihre Arme um seinen dünnen Körper. Sie schließt die Augen und lächelt, als er sie hält. Ich dachte, diese Piraten würden mein Ende sein. Nicht, wenn ich etwas über das tun konnte. Ich habe dir zu viel, um etwas zu dir zu passieren, über etwas Nassismus zu lassen.